Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema Fliegen ohne Jetlag. Ein Hamburger Startup macht Passagiere munter. Am Mikrofon Maren Eitel. Heute im Interview Dr. Tanja Becker, Mitgründerin und technische Geschäftsführerin des Hamburger Startups Jetlight. Frau Becker, Sie sind Ingenieurin und Pilotin und haben außerdem am Schlafmedizinischen Zentrum der Berliner Charité promoviert. Was haben Medizin und Luftfahrt miteinander zu tun? Zunächst augenscheinlich erstmal nicht so viel. Außer, dass wir als Piloten jedes Jahr eine medizinische Untersuchung machen müssen, in der wir unsere Flugtauglichkeit sozusagen nachweisen müssen. Guckt man sich das aber genauer an, dann sieht man, dass wir auf der ganzen Welt unterwegs sind mit der Fliegerei. Die Welt vernetzt sich immer mehr und gerade der Körper ist immer wieder unterschiedlichen Voraussetzungen oder unterschiedlichen Klimazonen oder unterschiedlichen Zeitzonen ausgesetzt. Dadurch kommt zum Beispiel der Jetlag. Zu diesem Thema habe ich am Schlafmedizinischen Zentrum promoviert. Und Sie fliegen auch selbst als Senior First Officer bei der Lufthansa auf langen Strecken. Was heißt das eigentlich genau? Genau. Also ich bin Senior First Officer von Airbus A340 und Airbus A330. Und das bedeutet, dass ich den Kapitän im Reiseflug vertreten darf und seinen Sitz einnehmen darf. Sonst sitze ich auf der rechten Seite im Cockpit sozusagen und führe zusammen mit dem Kapitän das Flugzeug. Aber wenn der sich auf Langstreckenflügen in der Pause befindet, dann darf ich sozusagen ihn vertreten. Und 2017 haben Sie zusammen mit drei Kollegen das Startup Jetlight in Hamburg gegründet. Wie kam es dazu? Was war die Ausgangsidee? Wie Sie eben auch schon richtig sagten, ich habe zum Thema Jetlag an der Charité promoviert. Und einer der Mitgründer, Dr. Achim Leder, hat zum Thema Licht und in Flugzeugen seine Promotion geschrieben. Und kam auch aus dieser Luftfahrt. Und diese Kombination sozusagen hat uns zusammengetan und dort entstand auch die Idee zu diesem Produkt, was wir jetzt haben. Und dann haben wir noch jemanden, der sozusagen für unser Business zuständig ist, Dr. Felix Brüggemann. Und Toni Gahn ist auch noch dabei. Sie als Topmodel fliegt 80 Langstreckenflüge im Jahr und gibt uns sehr viel Input für das Produkt an sich. Und das bildet das Gründerteam. Und das Produkt, was ist das genau? Das Produkt. Wir sind die Ersten, die eine holistische und wissenschaftlich basierte Lösung zur Reduktion von Jetlag anbieten in Verkehrsflugzeugen. Das heißt, wir nehmen über Licht, was der größte Einflussgeber oder Zeitgeber für den menschlichen Körper ist, Einfluss auf diesen Körper, wenn er verschiedene Zeitzonen durchfliegt. Wir bereiten bereits im Flug den Körper auf die neue Zeitzone vor. Wie passiert das genau? Anfang der Jahrtausendwende hat man Zellen im menschlichen Auge gefunden. Die nicht nur visuelle Wirkungen sozusagen haben, sondern dort konnte man über Verbindungen ins Hirn auch Einfluss auf die Hormone in dem Körper finden. Und ganz einfach gesprochen, blaues Licht senkt die Melatoninproduktion im Körper herab. Und dadurch fühlen wir uns wacher und aktiver. Hingegen verschiedene Spektren vom roten Licht ermöglichen, dass es keinen Einfluss auf den menschlichen Körper hat. Und man so besser in den Schlaf findet, wenn Licht da sein muss. Das Beste ist natürlich immer Licht aus, was aber nicht in jeder Umgebung gegeben werden kann. Und wie findet das jetzt Anwendung in Flugzeugen? Gibt es Airlines, die das schon einsetzen? Ja, vielleicht erst im Beginn. Wir schauen uns einen Flug ganz genau an, wie er verläuft. Dann haben wir einen Algorithmus entwickelt, der sozusagen berechnet, wann fliegt ein Flugzeug los, wie viel Zeitzonen überquert er, wie lang ist der Flug. Und dann, wenn ein Flugzeug, sag ich mal, New York abends startet, findet meist ein Dinner an Bord statt. Hier fangen wir an, mit rotem Licht sozusagen etwas zu spielen. Das fahren wir dann herunter zur Nacht. Und am Morgen wird der Passagier aktiv geweckt durch blaue Farbnuancen in dem Licht. Es wird eingesetzt, momentan auf der Langstreckenflotte der deutschen Lufthansa, auf dem Airbus 350 und der 747-800. Und wissen Sie, ob die Methode auch wirklich funktioniert? Wir haben umfangreiche Tests mit der Lufthansa durchgeführt. Nach der Implementierung auf dem 350 sind zehn Langstreckenflügel stattgefunden. Und es wurden 77 Passagiere der Business Class befragt. Und es waren durchweg sehr positive Ergebnisse. Nicht nur, dass der Jetlag zurückgefahren werden konnte, sondern auch die Rate des Jetlag-Abbaus wurde reduziert. Neben Effekten, dass wirklich das Licht als besser wahrgenommen wurde. Also angenehmer für diese Menschen. Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit dem Fliegen, sondern auch mit der Beleuchtung in anderen Verkehrsmitteln. Können Sie dazu was sagen? Ja, wir haben ein Pilotprojekt mit Porsche gemacht. Dort hat man in den Innenraum sozusagen ein Licht installiert, was den Fahrer besser aktivieren soll. Aber dort geht es nicht primär um Jetlag, sondern man kann dieses Licht natürlich auch nutzen, wie ich sagte, um den Menschen besser zu aktivieren. Man denkt an die Winter, wo es morgens sehr lange dunkel ist. Und die Menschen müssen sehr oft früh anfangen zu arbeiten. Und hier, wenn man da ans autonome Fahren denkt, was die Zukunft in dem Sinne sein wird, gibt es eine Möglichkeit, den Menschen weiterhin zu aktivieren. Es geht also darum, den Menschen zu aktivieren, das Wohlbefinden zu steigern und einen Einklang mit der inneren Uhr herzustellen. Genau, richtig gut gesagt, ja. Heißt das, dass Sie damit auch die Leistungsfähigkeit zum Beispiel von gestressten Managern erhöhen können? Definitiv. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn ein Mensch im Winter sehr früh anfangen muss zu arbeiten und er ist eigentlich noch in der Dunkelheit, können wir sie aktivierter sozusagen hochfahren dadurch und ihn wirklich zu mehr Leistungsfähigkeit bringen. Aber auch durch das Synchronisieren der inneren Uhr können wir an unterschiedlichen Zeitpunkten, wo der Mensch vielleicht eigentlich gar keine Höchstleistung erbringen kann, können wir ihn aktivieren und damit das Leistungsniveau steigern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da viele dankbare Abnehmer dafür geben. Höchstleistungen kennen Sie als Pilotin aber auch aus dem Bereich der Fliegerei. Also wenn Sie ein Airbus A330 fliegen, dann muss da alles perfekt miteinander in Einklang stehen. Von der Crew über die Technik bis zum Bodenpersonal. Was kann man davon lernen, wie sich die Luftfahrt organisiert hat? Was können Unternehmen vielleicht davon lernen, dass solche Höchstleistungen immer auf den Punkt genau abgerufen werden? Also wie Sie eben schon richtig gesagt haben, also es müssen viele Rädchen ineinander greifen, damit ein Flugzeug sozusagen pünktlich abfliegt und unfallfrei bleibt. Man merkt immer wieder, sag ich mal, wenn ein Schneefall kommt oder wenn ein Gewitter kommt, dass das alles sehr leicht auseinander zu sagen geht. Das heißt, wir müssen alle wirklich an unsere Procedures oder an unsere Verfahren muss man sich halten. Und wir müssen uns darauf verlassen können, dass jeder in der Kette weiß, was er tut und zu tun hat, zu welchem Zeitpunkt. Das funktioniert auch wirklich sehr gut, weil man Bord, davon kann ich sprechen, ich sitze eigentlich jedes Mal neben jemand anderem, der mir meist unbekannt ist. Aber ich kann mich immer darauf verlassen, dass derjenige sozusagen weiß, was er tut und wir beide auf das gleiche Blatt Papier sozusagen schauen und wir wissen, was zu tun ist. Sie haben noch gefragt, was können andere Bereiche davon lernen? Ich denke sehr viel. Es hat nicht nur, sag ich mal, mit diesen verschiedenen Rädchen, die zusammengefügt werden müssen, damit es funktioniert, zu tun, sondern auch mit der Kultur, die wir an Bord leben. Wir leben eine hohe Feedback-Kultur, eine hohe Fehlertoleranz. Wir haben Reporting-Systeme, in denen man non-punitiv Fehler reporten kann und wir sprechen darüber ganz offen. Wir leben wirklich offenes Feedback und offene Kritik miteinander. Wir haben flache Hierarchien und das alles fügt sich sehr gut zusammen, um halt wirklich die höchste Grad an Sicherheit und auch das Funktionieren des gesamten Systems zu gewährleisten. Das heißt, wenn man sich für Fehler nicht schämen muss und sie einfach zugeben kann, dann ist das eigentlich der beste Weg, sie abzustellen, oder? In jedem Fall. Abstellen wird man sie nie, aber das ist ein perfekter Umgang damit, um daraus zu lernen, um ihn vielleicht nicht wieder machen zu müssen. Apropos Höchstleistung nochmal. Sie haben ja auch Familie, wie ich aus unserem Vorgespräch weiß. Wie bekommen Sie das und das Fliegen und die Position als Geschäftsführerin im Start-up unter einen Hut? Das ist eine sehr gute Frage. Einen ganz großen Dank muss ich da an meinen Mann geben. Also wenn ich nicht den Rückhalt in meiner Familie hätte, durch meinen Mann und auch durch meine Eltern, würde das alles nicht funktionieren. Ich bin ein Mensch, der sich für vieles interessiert und nicht still sitzen kann, wie mein Mann immer sagt. Und das weiß er genau und er unterstützt mich da voll. Wo geht der nächste Flug dann hin, wissen Sie das? Das weiß ich noch nicht, weil momentan bin ich noch in Elternzeit und fange dann im Sommer wieder an zu fliegen. Und falls es dann doch nochmal zu einem Jetlag kommt, zum Schluss Ihr Geheimtipp bitte, was tun Sie dann? Sich schnellstmöglich an die neue Zeitzone wirklich anzupassen, wenn man länger als 48 Stunden vor Ort ist. Wenn man weniger als 48 Stunden vor Ort ist, sollte man in der Home-Zeitzone sozusagen bleiben. Wenn man aber länger dort ist, sollte man seine Ätzens- und Schlafzeiten sofort anpassen und das Sonnenlicht wirklich aufsuchen, soweit es geht zu ihren bestimmten Uhrzeiten. Okay, ich werde es mir merken für das nächste Mal. Ja, fliegen ohne Jetlag mit dem richtigen Licht lässt sich die innere Uhr austricksen. Das war unser Podcast mit Dr. Tanja Becker, Mitgründerin und technische Geschäftsführerin von Jetlight. Vielen Dank. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting. Im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de Die Sendung ist ein Podcast von Q&A.